Berlin 2018. Elliot Keepjoker bricht den Weltrekord im Marathonlauf. Er rannte die 42,195 Kilometer in nur 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden. Das ist 422 Mal auf 100 Meter gerechnet 17,3 Sekunden. Damit lag seine Durchschnittsgeschwindigkeit bei 20,81 Kilometer pro Stunde. Zudem hatte er fast 5 Minuten Vorsprung. Eine echte Meisterleistung. Dafür erhielt er auch beachtliche 120.000 Euro. 50.000 für den Weltrekord, 40.000 für den Sieg und 30.000 als Zeitbonus, weil er unter den 2 Stunden und 4 Minuten blieb. Zu diesem Anlass habe ich mir gedacht, könnte man sich die Geschichte des Marathonlaufes ansehen. Der Geschichtenschreiber Herodot schrieb über einen griechischen Boten, der 419 vor Christi in 2 Tagen von Athen nach Sparta gelaufen ist, um Hilfe im Krieg gegen die Perser zu suchen. Dieser Lauf wurde Spartathlon getauft und ist 246 Kilometer lang. Der Spartathlon wird heute auch noch ausgetragen, nachdem der britische Royal Air Force Kommandeur John Foden 1982 die Route rekonstruiert und mit seinen beiden Kameraden Goldens und McCaffrey die Strecke in unter 36 Stunden geschafft hatte. Aber zurück zum Marathon. Aus dieser Geschichte erschufen Blutheich, ein griechischer Schriftsteller und Lukian, ein Satiriker der Antike, die Legende um einen Boten, der nach dem Sieg der Athen in der Schlacht vom Marathon diesen Zoo zu verkünden wollte und dabei rannte er ca. 40 Kilometer nach Athen. In der Stadt bekam noch Nikomen auf Deutsch so viel wie wir haben gesiegt heraus und fiel danach sofort tot um. Der Sprachwissenschaftler Michael Priat hatte die glorreiche Idee, den Marathonlauf bei den Olympischen Spielen 1896 als Wettkampf aufleben zu lassen. Er kannte glücklicherweise den Gründer des Olympischen Komitees, der er wiederum einwilligte und somit wurde es eine olympische Disziplin. Die Strecke änderte sich jedoch mit der Zeit. Am Anfang betrug die Strecke genau 40 Kilometer. 1908 wurde die Strecke auf 26 Meilen und 385 Yards erweitert, das sind umgerechnet 42,195 Kilometer. Diese Änderungen kommen daher, weil die Strecke an Schloss Winzer und der Königlichen Loge vorbeilaufen sollte. 1924 wurden die 42,195 Kilometer offiziell vom Leitrathletikverband festgelegt. Die Änderungen kommen daher, dass die 40 Kilometer von Anfang an nur ein Richtwert waren und somit von den Veranstaltern frei verlängert oder verkürzt werden konnten. Die Geschichte des Spachnetzlons und des Marathons ist nun geklärt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Ciao!